Diese Geschichte lag 30 Jahre lang begraben. Der Mann, um den es geht, sollte nie wieder auftauchen. Das wird nicht einfach. Er hat sich vollständig der US-Regierung verpflichtet. Jetzt lassen sie ihn im Stich. In Afghanistan, während der Invasion der Sowjets, nannte man ihn die Bestie, die alles auffrisst. Ich will, dass du mir erklärst, wie deine Welt funktioniert. Wie du dich durch sie bewegst. Wie du sie manipulierst, austrickst. Du vergibst mich an einen Ort, der dir nicht gefallen wird. Deine Tochter, wo immer du sie versteckt hältst, ist jetzt Teil der Geschichte. Ich benutze sie, um dich zu kriegen. Du hast keine Ahnung, was ich tat, wer ich war. In jeder Geschichte gibt es einen Übeltäter, doch niemand sieht sich selbst diese Rolle spielen. Sie sollten den Mann nicht unterschätzen. Er schreckt von nichts zurück, um zu überleben. Die Verwüstung, die er anrichten wird, kennt keine Grenzen. Er wird alles und jeden zerstören. Wofür ich geschaffen bin, ist das Dinge zu verteidigen, die es wert sind. Wofür ich schweig? Wofür ich schweig? Untertitelung des ZDF, 2020